Hallo zu diesem Tag auch. Kennt ihr den hier? Guck mal hier die zwei, die beiden Schweiz und der Claudia ist auch da. Alle Mann sind wir unterwegs. Wo ist der Paul? Wo ist der Paul? Hey, hallo Paul, hallo Paul. Wir sind heute schön im Eifenthal unterwegs, die bald Schweiz da hinter mir und wir, die Pix, und verbringen sollen Nachmittag hier. Wir wollten einfach mal rennen und die zwei da hinter uns wollten mitlaufen. Gut. Wir sind mal weg und nachher melden wir uns doch mal. Hier bin ich auch schon mal durchgefahren. Echt? Ja. Habt ihr gehört? Ist das schon mal durchgefahren? Ja Leute, wir leben schon geil hier, oder? Oder? Ja! Ja! Klaat! 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 Hier! Genau! Schön mit Stimme essen! Mhhh! Mhhh! Lecker Päuschen machen! Ich muss die reinhauen, ey! Ehh! So! Die sind noch ganz grün! So! 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 Baul in Action! Entschwimme nicht ganz normal, ne? Ich hab auch mehr durchgeschickt. Einmal ja damit besteckt. Bleiben wir jetzt physique! Schön! malluch! Na klar! Bitte? Ich dachte, filmst du mit? Quatsch. Offizielle Pinkelpause. Alles pinkelt. Nur ich nicht. Ich muss auf den Sack aufpassen. Ich muss auf den Sack aufpassen. Ja, der Paul passt auf den Sack auf. Der Paul passt auf den Sack auf. So kommen sie alles in Löchern raus hier. Ja, wir haben jetzt elf Kilometer geschafft hier, ne? Na Lutz? Jo. Elf Kilometer. Wir gehen schon wieder um Zahnfleisch. Wir können nicht mehr. Ich hab total nasse Kühe. Warum? Hast du Schraube pinkelt? Das hättest du dir aber auch sagen müssen. Guck mal, die hat sich auf die Schuhe gepinkelt. Das ist jetzt passiert. Das ist jetzt passiert. Du auch Schatzi? Nein. Okay, bis später. Jetzt machen schon die letzten Fotos. Und sehen auch so aus, als wenn sie Hunger hätten. Die Anja quatscht schon die ganze Zeit von Erdbeerkuchen. Lecker, 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 lecker. Ja. Und ich würde sagen, wir haben gleich geschafft. Haben noch irgendwie anderthalb Kilometer. Wie planen wir hier im Achtstutz? Bis jetzt haben wir 17,5. 17,5 Kilometer. Also können wir so 18 Kilometer drauf kriegen. Na, also 18 Kilometer ist dann eine gute Nummer. Ja, 4,5 Stunden waren wir unterwegs. War wunderschön. Wetter hat super mitgespielt. Danke, Doris. Danke, Doris. Danke, Doris. Genau. Oh, Doris. Danke für die Route. War sehr schön. Für den Gedankenanstoß. Für den Gedankenanstoß. Beim nächsten Mal bist du dabei, ne? Dabei, dabei. Tschüss. 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 Lass die Wurst auf dem Brötchen von dem Mann. Lass die Wurst auf dem Brötchen von dem Mann. Lass die Wurst auf dem Brötchen. Lass die Wurst auf dem Brötchen. Lass die Wurst auf dem Brötchen von dem Mann. Was ist das? Was ist das?